Da auch. Dein ist nach rechts abgehauen. Das ist dein Com-Center. Was war das denn? Oh shit! Nein! Das war eine Salve! Das gibt's doch nicht! M113 hinter uns, das war eine Salve! Das war effizient! Deshalb fahren wir immer mit zwei Autos! Mann! Oder Steffi, wer von euch war zuerst da? Steffi, wir hatten keine...